Hey Leute, hier ist mal wieder euer Lieblingsdieb, Kaito Darko. Zurück zu Sekiro Shadows 3 Trice. Ich bin an einem Punkt, der mir nicht gefällt. Ich habe eine Rechnung offen mit einer gewissen Sau, die mir noch das Leben schwer machen wird. Eine ist ja keine Sau, ist ja eher so ein Stierbulle-Gedöns. Das Ding muss gekillt werden und da bin ich jetzt, das wird jetzt das Ziel dieser Episode sein. Und ich glaube nicht, dass ich da vieler Wohlgeben werde, aber ich werde mein Bestes geben und schauen, ob ich das hinkriege. Mal sehen. Warum springt der denn nicht? Ey, sag ich mal, können nicht mal hier wegkommen? Hör auf mich durchzunudeln, du komisches Ding, du. Warum schammt der nicht? Hallo, ich drücke X und der macht nichts. Au. Tot. 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 Tot, 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 tot. Und da ich wieder, ich weiß nicht. Tot, 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 tot. Yay. Ich habe eben gerade was mitbekommen, wie er mich nicht so easy treffen kann. Also theoretisch. Es gibt scheinbar irgendeinen Frame, wo mich diese brennenden Flammen, Hörner, Strohballen, Gedöns nicht treffen können. Ja, das ist nun gerade natürlich nicht der Fall. Hör auf, aus dem Fokus zu nehmen. Mann, was... Ey, das ist doch scheiße. Was ist... Wow, das ist creepy. Oh mein Gott, das ist creepy. Kann ich ihn mal wieder anvisieren? Mann, hau doch da ab, verdammte Scheiße, noch eins. Ach, Mann. Schon wieder die Hälfte der Energie weg. Und nein. Es hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum. Ah. Alter, ich habe jetzt echt keine Zeit für dich, Tolle. Könnte dieses Scheißvieh bitte mal... Nicht mich angreifen, sondern die? Ja, sicher. Einmal ruasch die Hälfte der Energie weg, ey. Ach, Scheiße. Er hat so wenig verfickte Energie und der macht so viel Schaden und der hält aber auch massig aus. Oh, ich nervt so dermaßen. Oh, Verzweiflung, Verzweiflung, Verzweiflung! Dieses dumme Stück Scheiße hat mir da zu viel Energie gezogen. Ich bin schon. Oh, dass der mich jetzt hier so verzieht, hört mich schon wieder auf. Ich ziehe ihm teilweise nichts. Ich ziehe ihm teilweise nichts. Ich ziehe ihm nichts. Hä, was greift mich denn hier? Hat der Spaß? Lebt noch? Wollte mich verarschen? Kann er den bitte mal angreifen? Ich weiche doch aus. Ich springe sogar. Und Schiss. Schott. Schott. Wie der mich rumschubst. Wie der mich rumschubst. Und ich stehe auf und verliere schon HP. Das ist doch... Ich hasse dieses Spiel. Nein. 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 Nein, was habe ich gemacht? Warum? Er war... Er war... Ich weiß nicht, wie weit er war, aber er war. Er war es. Ach. Eigentlich ist dir gar nicht so schwer. Im Grunde ist er einfach nur ein bisschen nervig. Weil er so unberechenbar anzugreifen ist. Weil er so unberechenbar allgemein auch angreift. Und weil man dabei so nicht weiß, wann man ihn angreifen soll. Aber irgendwie... Ja. Bäh. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich brenne und bin tot. Ach, komm. Die Hälfte habe ich schon. Ich bin sogar über die Hälfte schon. Nein. Nein. Wie viel hat er gerade gezogen? Alter. Ich habe sogar ein Kügelchen verwendet. Weil ich dachte, ey, jetzt kann ich ihn mal schaffen. Nein. Kann ich nicht. Ja. Ist ja herrlich. Nein. Nein. Darf ich mal hier weg? Hallo. Ich möchte hier weg. Nee, oder? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Da läuft... Wie wenig HP der nur noch hat, ne? War ein schlechter Knall. Oh. Mann. Ist das hin und her? Ich komme... Er hat nicht dazu irgendwas zu tun gerade. Ich sehe nichts. Und ich sehe auch gerade den Bullen nicht. Yei. Ist was da? Ich drehe durch. Ich würde ja gerne irgendwie mal an den rankommen. Aber das tue ich gerade. Was ist jetzt los? Er ist vollständig gebraked. Los, rauf da. Rauf da. Yes. Komm, jetzt hau ihn doch. Yes. Ich erlöse dich. Von deinem Leiden. Schwitz. 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 Gebetsbärde. Ich habe drei Stück. Yay. Oh mein Gott. Schwitz. 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 Nein, danke. Ich bete nicht so gern. Okay. Ah, da ist sogar noch ne Erinnerung. Da oben, oder? Definitiv muss ich da erstmal rasten, oder? Oh, das war aber auch was, ey. Das war aber auch, war das wieder geil? Das war auch richtig geil, oder? Na gut, ähm, sind die jetzt wieder da, die Kollegen, die das aufgemacht haben hier? Äh, nö, die Tür ist wieder zu, cool. Ich mach's mal wieder auf. Was? Das geht nicht. Hä? Wait, when? Das ist jetzt verschlossen? Ich hab keine Ahnung, was wollt ihr jetzt von mir? Egal, ich geh mal erstmal hier lang. Weil das sieht aus wie ein Ort voller Freude und voller Fun-Time. Uh, leichter Geldbeutel. Nimm mich mit. Ich geh mal gerne mit. Ich möchte mich hier gerne, mich hier gerne sehr gerne umsehen und, äh, uh, was ist mir denn da? Was seh ich denn da? Da kann ich lauschen. Ich will lauschen. Aber vorher muss ich mich hier... Well... Moment mal! Der Ort sieht fast genauso aus wie der Ort am Anfang, wo ich war. Das sieht fast haar genauso aus wie der Ort am Anfang, wo ich mit dem Jungen entkommen bin. Das sieht haar genauso aus. Ist das derselbe Ort? Nur, dass ich jetzt, ähm... Ich bin, ähm... Ich bin, ähm... Ich bin, ähm... Ich bin, ähm... Und das ist sicher wichtig. Da werde ich Brief und Siegel, dass das wichtig ist. Für irgendeinen Gegner, der noch kommt, denke ich mal. Lassen wir den weg. Torhausschlüssel. Zu einem Samurai-Torhaus, an der Aschina-Tar-Sperre nicht weit vom Brunnen in dem Wolf war. Ah. Oh. Okay. Das wird dann wohl unser nächstes Ziel sein, bevor ich da weitermache. Weil das könnte nämlich echt problematisch werden. Jetzt muss ich mir diesen komischen Großen da anschauen. Jetzt hat er gesagt, der ist riesig und... Der da? Oh, ich sieht mich. Aber der hat keine Panzerung an. Der hat keine Panzerung an. Das heißt, der dürfte es nicht sein. Schwer. Schwierig. Okay. Also meine Idee wäre jetzt erstmal gewesen, dass ich hier runterlatsche. Und mir das Ganze mal anschaue, was da bei dem Brunnen rauskam. Weil ich möchte echt wissen, was da ist. Da war echt eine verschlossene Tür. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Weil so lange ist das hier. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Okay. Versuchen wir das Ganze mal. Nicht in der Luft. Okay. Hier war das, ne? Da bin ich jetzt echt gespannt. Irgendwo da hinten. Hier war auch irgendwo ein Gegner. Ich habe ihn gerade gesehen. Oder vorhin habe ich ihn gesehen. Was ist denn der? Was ist denn der jetzt? Ah, da vorne. Okay. Da vorne. Den nehme ich mit. Schießt der mit irgendeiner Kacke? Ja klar, schießt der mit irgendeiner Kacke. Darf ich mal die Objekte nehmen? Eis und Storten ist das andere. Schwere Geldbeutel. Wie soll ich jetzt an den rankommen? Okay, vielleicht so. Bam. Ich bin weg. Nehme ich ja alles. Könnte lustig werden. Könnte definitiv lustig werden. Weil ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was da auf mich zukommen wird. Bestimmt irgendwie sehr viele Fun Times. Super Fun Times sogar wahrscheinlich. Es ist... Es ist, denke mal, problematisch. Es ist wirklich... Naja, mit dem komischen Haken, den ich habe, ist es ja nicht eine ziemlich einfache Sache, dadurch wieder zurückzukommen. Die Frage ist nur, von wo bin ich denn eigentlich? Wo ist denn dieser Brunnen gewesen? Hier ist eine Statue. Habe ich die schon? Nein. Die habe ich noch nicht. Äh. Nicht weit von dem Brunnen. Ah, China Talsperre. Vielleicht das hier? Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Ja, dann gehe ich auf die andere Seite. Keine Ahnung. Du hast einen Haken. Du kannst dich da rüber... Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü? Hängeln, ne? Oder auch nicht, genau. Ich stehe hier. Hm. Hm. Aber wer ist dieser Shinobi wohl? Ja. schön, dass ihr kurz vor der Schlacht steht. Warum bin ich aber der einzige Krieger hier? Kann man sagen. Ich bin der einzige, der hier irgendwie... Ich hab... Ich habe gedrückt. Hab schon wieder gedrückt. Alter, nein. Nein, nein. Die hab ich gefickt. Und der Kombo. Wow. Äh. Das wird klont überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich würde aber sagen, bevor ich hier weitergehe und mir jetzt anschaue, was dieser Schlüssel da eigentlich macht, würde ich hier einen kleinen Cut setzen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Part wieder, wenn es heißt Sekiro Shadows Die Twice. Ich bin Kaito Dako. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hasse dich. Das Spiel hasse ich gerade so dermaßen. Das ist unglaublich. Ganz ehrlich. Das ist so unfassbar fucking unglaublich. Und das auch noch. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut und auf Wiedersehen.